Ich weiß nicht, wie ich schmarchen bin. Gut, Jungs. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Es ist relativ spät geworden heute, haben den ganzen Tag um Bock gehangen und jetzt sind wir aber endlich angekommen bei Subway to Peter in der Peterstraße. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, die anderen Jungs machen auch gerade schon Soundcheck und dann wollen wir mal schauen, was das hier bringt. Rocken wir heute, rocken wir nicht. Heute rocken wir, heute rocken wir nicht. Rocken wir, rocken wir nicht, warte. Heute rocken wir! Wir rocken! Als Erste. Der Alex ist ein Typ, sag ich. Kann man so stehen lassen. Ja, da gibt es auch nichts weiter zu sagen. Quatsch, heute einen schönen, strampen Fifi hat er. Und wenn da was kommt, fallen Vögel vom Himmel her. Auch immer nur vom Salat und nur vom veganen Essen. Nie von dem Kilo Metpralinen. Ohne Scheiß, traut sich die ganze Zeit eine Frikadelle nach der anderen rein. Alles cool, alles cool. Dann kriegt er einmal unten Nudeln mit irgendwas, mit Sojafleisch oder sowas. Und direkt danach stürzen hier Vögel vom Himmel. So, Ivi, gönnst du dir für die Tour endlich mal ein paar Vitamine? Voll geil. Lecker Kuchen. Ich habe wirklich Bock mehr. Protein-Kage. Mit Vanille-Protein. Elli. Ja. Ja. Und zum mal Sünde, ab und zum mal Cheat, das ist gut. Captain? Hm? Erwarten wir raus, eh? Wer sind Sie? Ivi? Ja. Wie heißt eigentlich die Stadt in Thailand? Ich weiß nicht. Van Gogh. So, Alex, du bist ja jetzt ein Manni. Ein richtiger Manni am Steuer hier vom Brummi. Und da hinten kommen jetzt zwei von deinen Kollegen. Was macht man mit den Kollegen? Man macht den Manni-Gruß. Mach den Manni-Gruß. Hey Manni. Hand raus. Sehr gut. Langsam entwickelt sich das mit dem Eddie zum Running Gag. Er pennt, wo er nur kann. Er ist einfach nur ab-pennt. Hallo Andi. Hallo. Andi ist aber auch bei mir. Andi ist, äh... Wissen Sie, wo wir hinlaufen? Ja. Echt? Ich habe hier eben einen Kühlschrank gesehen. Sherry, Sherry. Sherry, Sherry. Going through emotion. Love is where you'll find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry. Sherry, Sherry, Lady. Ich wusste es. Ich wusste es. So. Echt? Ich wollte nur noch schlafen, Mann. Wer ist denn da? Wollte mit dem spielen? Nee, wollte nicht. Schlaf gut. Heute noch. Heute noch. Eier. Tag. 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 Subway to Peter gekommen, wie man das hier in Sachsen sagt. Wir sind jetzt hier in unserem romantischen Zelt. Man nennt sie auch die Höhle des Löwen. Für alle, die Brokeback Mountain gesehen haben, es wird Szenen geben, die kommen nicht ins Tagebuchvideo. Gute Nacht John Boy. Vielleicht kommen wir damit ja auch noch groß raus. Wenn ich mit der Musik mit diesem Tagebuch lande das nachher auch auf YouPorno. Gute Nacht John Boy.